hallo zusammen ich möchte euch ganz kurz aus der blogger box den good to glow lip color intensivierer aus der blogger box in live zeigen wie der auf meinen lippen reagiert ihr seht schon ich sehe ein bisschen unkomplett aus vielleicht auch ein bisschen müde das kann der jetzt nicht weg machen aber er kann meine lippen etwas zum strahlen bringen und das möchte ich euch zeigen passt auf ich mache den mal auf so sieht er aus eigentlich ist er farblos das ist nur vorne der applikator der so pink ist und jetzt trage ich den mal auf meine lippen auf und vielleicht wird es ja so pink wie hier auf diesem applikator ihr seht schon den unterschied von oben zu unten ich finde es ist eine ganz tolle farbe irgendwie passt sich meinem hautton an es ist nicht zu grell es ist ein pink aber es ist ein ganz leichtes sommerliches pink oder frühlingshaftes ich finde das sieht wirklich wirklich gut aus oder was sagt ihr ok also wenn ihr wissen wollt warum das so ist wie das funktioniert und wenn ihr die anderen produkte aus der blogger box kennenlernen wollt dann schaut auf meinen blog vorbei den verlinke ich euch wieder hier unter dem video www.maxiprimus.de ich freue mich auf euch ciao